ich wollte eigentlich ein video drehen und ich weiß ein bisschen perverse schwein bei man alles machen kann ja und was stückte so vor ja ich wollte einfach mal vor laufender kamera ein nagel rausziehen was bietesten dafür fünf euro bietest du mir dafür für ein nagel rausreißen also ein bisschen wenig muss ich sagen na gut ich biete dir noch mal fünf weitere euro also hier noch dazu alles klar können wir machen wie es nicht so doll wie es nicht so wehgetan ja dann guck mal hier selber mit dem auto mal machen also siehst du ja alter das sieht schon ganz so kacke aus naja ich bin sie auch mal machen oder will sie selber nicht das tut doch gar nicht so doll weh okay tschüss tschüss sehen uns